Herzlich Willkommen Kryptofreunde, Investor und Newcomer. Was geht ab Leute? Gucken wir uns heute mal den Markt an, was ich nochmal interessant fand. Leute, guckt euch das mal an. Seit Anfang des Jahres sind glaube ich jetzt schon fast 1000 Coins dazugekommen. So viel Scam, so viel Betrügereien, wie auf den Markt geschüttet wird. Ich sag's euch wieder nochmal Leute, passt bitte auch auf unserer Comment-Section, da gibt's einige, die geben sich als Crypto-Heroes aus. Achtet immer darauf, dass da entweder das Häkchen dran ist oder dass es mit so einem grauen Balken hinterlegt ist. Wir würden euch niemals unsere WhatsApp-Nummern hier einfach irgendwo eintragen und sagen, ruft uns an. Das ist alles Scam Leute, darum für die, die neu sind, das noch nicht kennen, passt bitte auf. Gucken wir uns das mal an. Der Montag fängt an, wir haben wieder eine grüne Welle. Größtenteils erholen sich die Coins jetzt langsam wieder Schritt für Schritt. Was heißt erholt? Wir flaggen immer noch seitlich. Sind immer noch in dieser langweiligen Phase. Gucken wir mal, wir hatten richtig interessante neue News. Was war das? Es ist in alle Munde. El Salvador's Presidente hat gesagt, die werden Bitcoin als rechtliches Zahlungsmittel annehmen. Alle sind außer sich, alle sind außer Rand und Band. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das positiv oder negativ bewerten soll. Ein Land, was sowieso schon so in Armut versunken ist. So eine volatile Kryptowährung, alle Kryptowährungen, jetzt nicht nur Bitcoin. Kryptos sind an sich super volatil. Und wer löst diese Volatilität aus? Bitcoin löst die Volatilität aus. Indem Geld von Bitcoin in die Altcoin reinfließt oder wieder abfließt in Bitcoin zurück, ändern sich meistens die Bitcoin- bzw. die Kryptokurse im gesamten Markt. Weiß ich jetzt gar nicht, wie gut das so einem Land tun wird. Ich meine, guckt euch mal an, wenn man jetzt in einem Bärenmarkt ist, wie tief die Preise dann fallen, will man wirklich als rechtliches Zahlungsmittel annehmen und das in eine Zentralbank auch aufnehmen, was in einem Bärenmarkt komplett herabfallen kann. In einem Land mit einem Bruttoinlandsprodukt, wenn ich mich nicht irre, bisschen was über 27 Milliarden jährlich. Ich meine, Bitcoin hat jetzt kurzfristig mal mehrere hundert Milliarden Auf- und Abschwünge gehabt. Das ist, ich weiß nicht, ich halte da jetzt gerade noch nichts. Ich bin noch nicht so euphorisch wie alle anderen und ich weiß auch nicht, wie das langfristig diesem Land tun wird. Ich sehe das gerade eigentlich mehr negativ als positiv. Klar ist das positiv, dass wir sehen, dass Kryptowährungen immer mehr voranschreiten. Immer mehr Milliardäre, immer mehr Großkonzerne richten sich in diese Richtung. Das ist natürlich positiv und zeigt auch, dass wir uns in die richtige Richtung beziehungsweise zu digitalen Assets bewegen. Aber ich weiß nicht, für das Land an sich sehe ich das ziemlich kritisch. Vielleicht sehe ich auch irgendwas falsch oder ich weiß es nicht. Und ich halte Bitcoin jetzt auch nicht für das Effektivste oder Effizienteste, was es angeht, wenn wir um Zahlung und Überweisung und all sowas, wenn es darum geht. Klar sagen die jetzt mit dem Lightning Network, was auch hier über die Strike App gehen soll. Aber das Lightning Network, soweit ich weiß, ist immer noch recht experimentell und funktioniert jetzt auch nicht in dem Maß. Und das, was hier gesagt wird, with no fees, keine Gebühren, das will ich erstmal sehen. Also die wollen mit Bitcoin über das Lightning Network internationale Geldtransaktionen tätigen und dabei keine Gebühren zahlen, das will ich erstmal sehen. Wie will man hinkriegen, dass man, die haben doch Mitarbeiter, die sich hier eingestellt haben, die haben doch Stromkosten, die haben doch Fixkosten an sich, die sie zahlen müssen. Wenn sie jetzt keine Gelder für die Transaktion annehmen, wie wollen sie das Ganze dann bezahlen? Das halte ich wirklich für so ein, ich weiß nicht. Da will ich erstmal den Beweis für sehen. Vielleicht sehe ich das jetzt alles ein bisschen negativ, aber ich finde immer, das ist so mega gehypt zur Zeit alles. Und ich fand das echt, bei dieser Bitcoin-Konferenz habe ich ein, zwei Ausschnitte gesehen, ich fand das so lächerlich, wie dieser Max Kaiser da rumläuft. Ja klar sind alle jetzt so, auf Elon Musk, ich habe es euch erzählt, es macht keinen Unterschied, was Elon Musk da postet oder nicht. Der hat nichts damit zu tun, ob sich die Preise nach oben oder nach unten bewegen. Das sind manipulierte Moves der Wale. Die nutzen eventuell Elon Musk's Tweets und machen das. Wenn Elon Musk jetzt nicht da wäre, hätten sie irgendwelche anderen News genutzt, dass Bitcoin irgendwie verboten wird in China wieder oder was weiß ich, was für ein Schwachsender kommt, dann richten sie ihre Verkäufe einfach danach. Hat nichts mit Elon Musk zu tun. Dass da jetzt so ein Milliardär sich jetzt hier hinstellt und schaut mal, was der macht. Ich finde das so lächerlich. Ich finde, die haben ein richtig, richtig schlechtes Bild dargestellt für den Kryptomarkt. Für Leute, die sowieso schon ein bisschen abgeneigt waren, das als Risiko gesehen haben. Wenn sie sich sowas hier angucken, glaube ich nicht, dass das positive Auswirkungen hatte auf den Kryptomarkt. Schaut euch das mal eben kurz an. Das ist eines der lächerlichsten Auftritte, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist ein reicher Mann, ein Milliardär, der in Bitcoin rein investiert hat. Und jetzt stellt er sich da hin, brüllt da rum wie so ein Vollidiot. Was er da zu Elon Musk gesagt hat, ist auch unter aller Sau. Ich weiß nicht. Wenn ich meine Schüler unterrichte, dann bei meinem Training zum Beispiel ist es nicht erlaubt, irgendwelche Schimpfwörter zu benutzen oder sowas. Weil das generell einfach schlecht ist. So sollte man sich nicht verhalten und so sollte man auch nicht sprechen. Finde ich nicht schön. Wirklich nicht. Ich finde, das hat ein richtig schlechtes Bild geworfen auf die gesamte Kryptowelt, was der da gemacht hat. Aber gut. Ich könnte das jetzt auch hypen wie alle anderen. Ja, cool. Der ist richtig krass. Und der hat es Elon mal gezeigt. Reinster Schwachsinn. Wirklich. Kindisches Verhalten hier. Michael Saylor hat hier eine Sache gesagt gehabt. Ich weiß, er meint das als Unternehmer. Aber viele Menschen können das falsch verstehen und gehen jetzt los wahrscheinlich und holen sich einen Kredit und sagen, hey, der Milliardär, der hat es auch gemacht. Scheint wohl richtig zu sein. Ich glaube, das war 8 Minuten 44, wo ich mir das rausgesucht habe. Also was er hier sagt, er hat halt erkannt, dass wenn so ein Asset wie Bitcoin 10% im Jahr hoch geht durchschnittlich, wie er jetzt gerade gesagt hat, und man kann Geld für 5% Zinsen oder 4% oder 3% im Jahr sich leihen, ja, dann geht die Rechnung ja auf. Dann sollte man losgehen und so viel Geld sich leihen, wie man nur kann und in diese Asset-Klasse rein investieren. Vor allem in so einem Land wie bei den Amis, wo Leute einfach abgehen und aber nicht nur dort, auch hier bei uns sowas zu sagen, ist so verantwortungslos. Ich meine, da werden Leute wahrscheinlich losgehen und denken, hey, der hat recht, ich nehme mir jetzt so eine Unmengen von Krediten auf und kaufe mir das. Und die kriegen dann Panik, wenn wir bald in den Bärenmarkt reinkommen, die Kurse wieder wieder 60, 70 oder bis zu 80% fallen können, ja, was machen die dann? Ja, die müssen am Ende des Jahres Zinsen zahlen und haben sich gedacht, hey, der soll doch prozentual im Durchschnitt 10% jährlich hochgehen. Was ist los? Ich kann meinen Kredit nicht zahlen. Und ich weiß nicht, ich halte das einfach für verantwortungslos. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Leute, wenn ihr investieren wollt, investiert nur Geld, was ihr bereit seid zu verlieren. Geht nicht los und holt euch irgendwo einen Kredit bei irgendeiner Bank und reitet euch so richtig, richtig in einen richtig großen Haufen Kuhfladen rein. Das ist sehr gefährlich, was er hier gesagt hat und das kann ich auf keinen Fall unterstützen. So Leute, einige haben wegen dem letzten, mein Bruder hat ja Video hochgeladen vom letzten Stream, wo wir gesagt haben, wir haben nicht in Bitcoin investiert. Oh mein Gott, da kamen wieder irgendwelche Bitcoin-Maxi-Troll-Vollpfosten. Der hat in Bitcoin nicht investiert. Der Abo, der hat keine Ahnung. Lach nochmal. Ihr auf den Kopf Gefallenen. Ich habe nichts gegen Bitcoin. Ich finde es toll, wenn Bitcoin am Wert steigt. Weil das Geld von Bitcoin in die Altcoin fließt und dadurch wir Geld verdienen können. Ich habe nicht in Bitcoin rein investiert, weil mehr Gewinnpotenzial in den anderen Coins stecken. Ich bin in diesem Markt, um Geld zu verdienen. Nicht aus idealistischen Gründen, nicht aus Gründen von, oh ja, Bitcoin, nieder mit den Banken und nieder mit den Regierungen, wir brauchen nur Bitcoin. Bitcoin, hey, habt ruhig diesen Gedanken. Ist alles gut, wenn ihr das macht. Ich habe nichts gegen euch. Leben und Leben lassen. Ich habe euch mal hier markiert, bei welchen Preisen ich die drei größten Assets, die ich gekauft habe im Bereich Krypto. Also XRP, ADA und VeChain, wo ich die gekauft habe. Ungefähr bei dem Preisniveau, wo sich Bitcoin hier bei 7.150 befunden hat. Bis zum All-Time-High, von da und bis zum jetzigen All-Time-High, aktuellen All-Time-High, ist Bitcoin auf 807% hochgegangen. Hätte ich damals in Bitcoin rein investiert, nicht in den anderen Kryptos, Tokens beziehungsweise, hätte ich nur mit Bitcoin 807% gemacht. Okay, gucken wir uns mal an, was ich bei VeChain gemacht habe, als ich zur selben Zeit eingekauft habe ungefähr. 8.685%. Was habe ich bei ADA gemacht? Ich habe bei ADA 8.026% gemacht. Was habe ich bei XRP gemacht? Oh, habe ich gar nicht eingetragen. XRP hatte ich hier bei 17 Cent, egal, jetzt bei 18 nehmen wir mal 18 einfach. Und XRP, Leute, ist nicht mal zu seinem All-Time-High, der hat den Bullrun noch nicht mal richtig angefangen. Der ist jetzt schon bei 986%. Obwohl er nicht mal zu seinem All-Time-High gegangen ist. Habe ich mit XRP, wenn ich zu den Peak-Preisen verkauft hätte, schon mehr verdient, als wenn ich in Bitcoin rein investiert hätte. Und ihr wisst, XRP ist gerade am Anfang. Der hat den Bullrun noch nicht mal richtig gestartet. Das ist der Grund, warum ich nicht in Bitcoin rein investiert habe, sondern in den Altcoins, Leute. Für die, die es nicht verstehen können. Ja, ich habe wesentlich mehr Prozente gemacht, als ihr mit euren Bitcoin-Investments. Und in Zukunft wird sich das auch nicht ändern, weil Bitcoin schon abartig gestiegen ist. Wenn Bitcoin auf eine Million geht, werden die anderen Coins exponentiell höher steigen als Bitcoin, weil Bitcoin seinen heftigsten Run schon erlebt hat. Und das haben wir mit den Altcoins noch nicht. Darum bin ich der Meinung, dass wir mit den Altcoins wesentlich, wesentlich mehr Geld machen können, als wenn wir sie in Bitcoin rein investieren. Ja, investieren viele Milliardäre in Bitcoin? Ja, das tun sie. Ist es deshalb sicherer? Meines Erachtens nach, nein. Ist es überhaupt nicht. Der Großteil von Bitcoins wird von wenigen reichen Wahlen besessen, die den Kurs immer wieder manipulieren, so wie sie es wollen. Langfristig gesehen, klar, wenn wir uns das mal angucken, was Bitcoin langfristig macht, da muss man schon blind sein, um nicht zu erkennen, dass der Trend nach oben geht. Gucken wir uns das mal an. Ich gehe mal einmal auf den Weekly Chart. Ja, kann man es anzweifeln. Klar haben wir 87% die Korrektur gehabt. Klar haben wir hier 84% die Korrektur gehabt. Aber das Ding geht nach oben. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr steigt. Das tun die Altcoins aber auch. Und das zu einem viel, viel höheren Maßstab. Nehmen wir mal aus dem Lock raus. Gucken wir uns das mal an. Ja, guck mal. Das war der 2013er Bullrun, 2017er Bullrun und das ist der 21er. Das ist ein unnormal krasser Anstieg, den Bitcoin hier macht. Altcoins sogar noch heftiger. Weil das, was Bitcoin hier jetzt gerade macht, in der Phase sind wir gerade erst bei den Altcoins. Das ist der Hauptgrund, warum ich in Bitcoin nicht rein investiere. Ich habe es euch schon mal erklärt gehabt. Aus strategischen Gründen würde ich eventuell in Bitcoin rein investieren, im Bärmarkt, weil Bitcoin der erste ist, der in den Bullrun ansteigt, wo die Altcoins halt noch sehr tief sind. Und dann eventuell von Bitcoin, wenn Bitcoin richtig hoch ist und die Altcoins noch nicht angefangen haben, dann in die Altcoins, von Bitcoin aus in die Altcoins umzuswommen, um mehr Gewinne mitzunehmen. Das eventuell, ja. Das war die einzige Strategie, wo ich sagen würde, okay, jetzt aus diesen Gründen würde ich in Bitcoin rein investieren. Sonst bin ich glaube ich in den Altcoins, in denen ich rein investiert habe, sehr, sehr gut aufgehoben und sehr zufrieden, Leute. Danke, Bitcoin-Maxi-Trots für eure Bedenken, aber nein, danke. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden damit, mit den Gewinnen, die ich bis jetzt einkassiert habe, mit den Altcoins, in die ich rein investiert habe. Und für die, die da Lachnummer und was ich da reingeschrieben habe, geht woanders kacken und besucht diesen Channel bitte nie wieder. Ich bin sehr glücklich, dass ihr euch dann auch ababonniert habt und unsere Community, die ist gut, so wie sie ist. Solche Leute brauchen wir hier auch gar nicht. Wir sind alle richtig locker, wir sind alle richtig, richtig entspannt drauf. Wir haben alle unsere Meinungen dazu, wenn man sie anständig und fair miteinander teilen kann, dann bin ich der Letzte, der was dagegen sagt. Darum Leute, ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out.